Hallo Leute, da bin ich's wieder zurück. Von der Elite Trainer Box, vom Pre-Release und so weiter und so fort vom Pokémon Day Ever hier. Und jetzt seht ihr in der Beschreibung kommt mein, ja, mein sechstes Roaring Skies, Drachenleuchten, wie ihr auch immer hier wollt, auf Englisch Display. Das vorletzte früher erstmal, bis zum 20. Auf jeden Fall Roaring Skies, nach heute ist es einfach Wahnsinn, was wir gezogen haben. Das werden wir nicht mehr toppen können, ich werde die Box jetzt, ey, trotzdem mal aufmachen. Ja, ich werde sie öffnen, sie ist auch schon offen, wieso sage ich überhaupt, ich werde sie öffnen, wenn sie schon offen ist. Ähm, naja, so. Da ist die Box. So, ich stelle mal einen Hintergrund, ähm, wie machen wir das jetzt? Wollen wir es wieder Speed machen? Ne, die letzte machen wir Speed, würde ich sagen, ne? Ne, ja, wir machen jetzt Speed Opening. Wenn ihr es in der Videobeschreibung lest, seht ihr Speed Opening. Immer, und das letzte machen wir dann wieder schön. Da lasse ich mir da auch einen besonderen Ort irgendwie einfallen. Okay, wir starten mit Speed Opening. Und fangen einfach mal mit dem Pack hier an. Und wir haben einen Chirinja. Ja, und das war's. Ich hoffe auf Voltolos X, weil ich das noch nicht gezogen hab. Oh mein Gott. Ein Megarei Quasa EX, jetzt hab ich's komplett. Jo. Jetzt kann ich spielen, ich hab mein Deck komplett. Megarei Quasa EX, das Gute. Sehr geil. Ich hab mein Deck komplett. Bei mir läuft's wirklich. Und, ähm, ja, wer bei euch auf der, wer von euch auf der deutschen Meisterschaft ist, der kann mich bitte auch irgendwie anschreiben oder sich gerne melden. Hier sehen wir nochmal die Pulse von der Trainerbox. Stellen wir da dazu einfach. Ja, also, äh. Oder ne, das stellen wir hier hinten hin. Ja, die ist auch in der Gruppe, ja, kenn ich, hab ich mit ihr. Ja. Ja, die hab ich einmal getauscht. Schiff, doch, von der E-BIG. So. Aber die kommt auch zur deutschen Meisterschaft. Weiß ich, miauf. Ich hab heute mit dir schon geschrieben. Haulucha, Ultraball, Ninjas, Shellgun, Shellgun Reverse und X-A2. Ja. Gut, dass ich das Display jetzt schon wieder gelohnt hat. So, Hierarchi-Holo. Also nicht wirklich, aber für mich, weil ich jetzt etlich mein Deck machen kann. Und nochmal ein Megalatios. Jo. Läuft. Hüllen, Hüllen. Wo sind die Hüllen? Hüllen. Gern mal ein normales Latias ziehen und Latias ziehen. Ernsthaft jetzt. Ich mein ernst. So. Aber wir so ernst gern noch nicht hatten. So. Nächstes Fuß. Ne. Die Puls kommen ja hierhin. Shit. So. Oh mein Gott. Ja. Jawoll. Bei uns läuft's. Bei uns läuft's. Ein Rai Quaser EX. Das Gute in Full Art. Bei uns läuft's. Wirklich. Ähm. Ähm. Nur so zur Info, gell. Du weißt schon, dass das Rai Quaser mir schon gehört, ne? Jo. Also wie gesagt, bei mir läuft's einfach. Ich find's richtig geil. Ich hab jetzt davon drei Stück. Ich kann's spielen. In Full Art. So. Ähm. Ja. Kommt hierhin. Also sehr, sehr geiler Pull. Maxis Pack. So. Mega Turbo Reverse. Hammer. Und ein Adi Kuno. Carving und Salavance. Clefki. Sonst nichts Gutes. Carving. Togekiss Half-Artholo. Not really bad. Skyfield Reverse und Dust Dogs. Ist doch auch nicht schlecht. Okay. Ich will wie gesagt eigentlich nur Voltolos ziehen. Ein Absol Reverse Hammer. Und ein C-Crum Holo. Also das Pack ist auch nicht wirklich nicht schlecht gewesen. Jetzt grad. Muss man echt sagen, die legen wir mal zur Seite. Weil die sind, vor allem Absol ist ziemlich spielstark. Das ist. Jo. Gegen Absol kann man echt nicht sagen. Und dann haben wir das gute Altaria. Und Anfessant. Und wir haben ein Banette Reef. Und nochmal ein Reverse Banette. Und ein Talon Flame. Oh mein Gott. Jawohl. Galagladi X Full Art. Sehr cool. So. Aber jetzt auch schon. Glaubt dreimal. So. Das gibt's nicht. Shaman X Full Art. Oh mein Gott. Also ich muss ja langsam schon schmunzeln. Was du für ein Lack hast. Na. Ey. Jetzt zieh ich drei Full Arts fast hintereinander. Na. Du bist so ein Lacki. Da ist es. Shaman X Full Art. Das hat einen kleinen Misskart. Aber davon kann man absehen. Das hat wirklich einen ganz kleinen oben. Das ist wirklich nicht. Es ist erlaubt im Turnier. Und blablabla hast du nicht gesehen. Jetzt hab ich das dreimal. Jetzt hab ich schon verraten. Dreimal in Full Art. Ja. Ich hab's heute einmal ertauscht. Und einmal gezogen. Oh mein Gott. Also die fast eine der teuersten Karten im Set. Sehr geil. Ich bin zufrieden. Muss ich echt sagen. Jetzt schon. Also. Sollte jetzt noch irgendwas kommen. Ja. Bin ich bald nicht mehr ansprechbar. Weil das ist zu krass. Drei Full Art. Und. Ihr hast nicht gesehen. Und da kommt gleich ein Megarei Quaser Drachen. Hinterher. So. Ey. Heftig. Naja. Wie es hier schon wieder abgeht. Unglaublich. So. Aber Voltolos will ich irgendwie. Also das will ich ziehen. Und ich krieg's nicht. Naja. Wobei das eigentlich die schlechteste im Set ist. Aber ich krieg sie nicht. Das ist ziemlich scheiße. Arikuno Rare. Aber die krieg ich sowieso von. Ja. Von Neverlast LP. Weiß man dem her. So. Dragonite. Aber da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Jaja. Das sehen wir ja auf jeden Fall dann. So. Endlich. Das Drachen Rai Quaser. Mein erstes normales Drachen Rai Quaser X. Sehr geil. Also ich hab. Ich hab wirklich das Lack gefressen. Ich hab das Lack gefressen. Ist so. Bei diesem Set hab ich wieder mal das Lack gefressen. Ist halt einfach wirklich so. Zapdos. Actos. Half-Art. Ja. Und Scamery und Healing Scarf. Ja. Das wird's gewesen sein. Wir haben sieben Ultra Rares. Das wird's. Ne. Ne. Ich bin weg. Ich bin's weg. Energy Switch Secret Rare. Ne. 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 Für mich ist das grad zu viel. Einfach. Mein zweiter Energy Switch Secret Rare. Ne. Ich brech. Ne. 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 Wir haben wieder das Display getoppt. Wir haben 8 Ultra Rares. Wir haben das letzte. Wir haben jetzt dreimal hintereinander das eigene Display getoppt. Ne. 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 Ja. Jetzt geht's scheißen. Jetzt geht's scheißen. Ja. Du hast so Lack. Neun Ultra Rares. Neun. So. Wenigstens glauben die mir Leute jetzt mir endlich mal. Was ist das? Oh. Mein Gott. Neun Ultra Rares. Das ist unrealistisch. Neun. Boah. Boah. Ne. Ne. Ach ja. Nur so ne. Du brichst mal den Online-Code. Ja. Die krieg ich auch noch. Stimmt. So. Das gute Rayquaza. Da ist es. Wer es braucht. Bitte melden. Ich hab's jetzt. Keine Ahnung wie oft. Eee. So. Ich hab noch 3% Akku. Also wenn du weg bist. Kann ich nichts machen. So. Dann hast du richtig gelitten. Ohne ein Viona. Äh. Reverse. So. Full Art wäre es ja noch gewesen jetzt. Ohne Witz. Ja. Auf jeden Fall. Barnett. Dust Dogs. Wir haben noch 3 Booster. Togekiss Rare. Die letzten 2. Ein Beauty Fly Holo. Das ist auch ziemlich gut. So. Und das letzte Pack. Ist ein Zapdos Rare. Oh mein Gott. Also ich muss echt. Ne. Das ist für mich einfach zu krass. Ich zeig das nochmal. Weil es einfach. Unbelievable krass ist. Es ist so. Mir würde es wieder kein Mensch glauben. Weil das das krasseste Display jetzt wieder war. Was ich je gehabt hab. Hier. Das ist Backlog. Neun Ultra Rares. Mit der Secret. Mit den 2 besten Karten. Das sind 3 Quasar X. Full Art und Shaman. Ich bin down. Ich bin down. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bei diesem Speed Opening. Das war's von mir. Ich sage tschüss. Bis dann. Und 3, 2, 1. Bin weg. Ciao. Bis dann. 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 Vielen Dank.